So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Nudeln, und ich sehe heute mal wieder mit einem neuen Video. Ja. Ich lege gleich los. Go! So, ich habe immer noch meine Schrotflinte hier. Die eigentlich sehr, sehr stark ist. Was das Gute ist gerade. Ja, lauf weiter, Brennfahrt! Da sollte ich nicht durch. Hallo, Dude. Komm. 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 Okay. Leute, ich helfe mir mal im Tier. Bang. 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 Oh. Bang. Und. Ja, ich bin bei euch, Leute. Hi. Da drüben, bei den Türen. Connor, den Plan auf dem Parkplatz wird der Arsch aufgerissen. Wie sieht der Fluchtplan aus? Wir kommen durch den Laden zurück. Haltet einfach durch, bis wir da sind. Haben wir überhaupt einen Fluchtplan? Mir fällt schon was ein. Gehen wir. Ich muss mal was kurz einstellen. Oh. Oh, sorry. Let's go. Okay, das war... Ja, eine... What the fuck? Super Aktion von denen. Folgen. Ich bin schon weiter vorne hier. Äh. Oh. Lol. Ja. Ich sollte da keinen Schrot nehmen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Bang. Aha. Zack. Zack. Gucken wir auch noch welche. Okay. Zack. Zack. Nur ein Double-Guy. Ha. Wow. What the fuck? Komm, ihr Palm. Weißt du jetzt, wo die lang kommen? Ich treffe einfach nicht. So, ich glaube, mehr sind auch nicht. Kana. So. Lol. Ich schütze die gar nicht? Yo. Ah. Ich hab voll Angst. Aha. So. Wow. Ich glaube, ich sollte hier lang. Ich glaube, man kann ihn besser erschießen, als den verbrennen zu lassen. Yo. Aua. Diese Schreie, Alter. Komm, lauf durch. Ja, ich bin noch im Weg. Na los. Zum Dach. Bin schon hier, Leute. Ihr müsst nicht. Zum Dach. Ich möchte es weg. Ich, ich kann ihn mehr. Wenn ihr das hören könnt, wir haben zwei Truppentransporter gesichert und ziehen ab. Kommt zum Palmplatz. Wiederhole. Wir ziehen ab. Hörst du? Wir sind fast da. Durchhalten. Wir sind fast raus aus dieser Scheiße. Verstanden? Ich bin bereit. Was machst du denn da? Ich schiebe das hier doch jetzt weg. Dankeschön. Ich denke mal hier lang, ne? Ja, ich, ich, ich renne einfach schon mal. Okay. Okay. Wie komme ich runter? Lady? Die Laster sind hier. Gib uns Deckung. Feuer auf die KVA. Jacob, benutzt Goliath. Oh. Goliath. Runter von dem Dach. Ihr müsst springen. Eh. Das ist Deckung, Jacob. Klein machen und rollen. So. Aua. Wart. Ey. Warte doch um mich. Ah. Ich bin dabei. Noch einer? Schlimmer. Okay. Das wäre es dann glaube ich mal. Wir haben eine Menge Neute verloren. Wir haben die Laster nur darauf noch getan. Und wir hoffen und dann ab nach Hause. Und wir haben den noch einmal Jahre alt. Den stetigsten Meldungen zur Folge wurde heute ein bekannter Angriff auf das KVA nach sich. Und das war ein Monk. Obwohl der Widerstand für ihre Verluste hinnehmen musste, war der Einsatz ein Erfolg. Der Luchs und die Opferbereitschaft dieser Frauen und Männer werden nicht vergessen. Auch unsere Feinde werden die Tat in der Oftung sein. In der ganzen Besatzungszone hat die KVA die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und die Beliebte getrunken wird wieder des Widerstands identifiziert. Es wird erschreckend viele Bürger verschicken und es gibt Berichte von Veränderungen und Restitutionen. Manche stellen ihre Regierungsleitung, die fürchten, was der Fall ist, mitten in der Nacht verschleppt. Der Preis unserer Freiheit war schon zu nach oben. Wir müssen zusammenstehen. Jetzt überlegen. Dies ist die Bitte der Preis. Ich kann kaum erwarten, dass du zu erzählen. Ich will einfach nur duschen. Scheiße! Das klettert! Bewegung! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die haben alle getötet! Diese Scheißerle! Wie hast du denn abgekriegt? Was? Was? Ich kann nicht so! Ich kann nicht so! Ich kann auch nicht mehr! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn das? Wir müssen raus aus Montel. Oh mein Gott, lass mir den angestellt haben, aber ich muss eben, muss mir eben kurz hier alles ein bisschen lauter, leiser stellen, damit das auch alles passt. Ja, ich glaube, jetzt passt das so circa, ja. Oder warte, ich schieße mal hin. Ja, das passt. Würde ich so sagen. Wir treffen uns bei der Mauer, wir verschwinden von dir. Alles okay? Ich will nicht darüber reden. Ich wollte jetzt eigentlich oben drauf, was haben wir, äh, aufs Dings war. Hier waren wir noch, wenn es am Anfang war nicht. Einmal. Zweimal. Zweimal. Leute, können die mal aufhören, mich abzuschießen? Ist ja ein Wunder hier. Irgendwie werde ich nur betroffen. Dann haben wir jetzt die Granate. Und dann jetzt auf einmal her. So wird das gemacht. Da oben ist ein Raketenwerfer. Das ist unsere Chance. Weiter die Straße entlang. Die wollen Goliath zerstören. Nix. Zerstören Goliath. Oh. Ist er nicht hoch? Nein, schade. Hey. So. Ist noch einer. Oh mein Gott. Ja, genau so. Mach sie fertig. Ich bin fast tot. So. Entschuldigung, dass ich nicht in Millisekunde reagieren kann. Oh. Aua. Wir müssen diese Raketenwerfer ausschalten. Da ist einer. Kommt ihr scheiß Raketenwerfertypen hier. Kommt doch hier hin. Boah. So. Komm schon. Komm schon. Sterb doch. Doppel. Ich hab keine Munition mehr drin. Oh, yo. Ah. 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 Papa, hol Goliath wieder raus. Wir müssen den Panzer erledigen. Bist du irre? Goliath kann es doch nicht mit deinem Panzer aufnehmen. Dann flankieren wir ihn und schießen von hinten. Jacob, steh da raus und schieß auf das Ding. Ich hatte den Rücken frei. Los. Ich? Warum ich? Ich habe kein Problem. Lass das! Nein! Rihanna, hilf mir! Wir müssen weiter. Ich kann das reparieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Halt das. Ich glaube, ich habe es.